So, wir spielen, wir haben schon wieder so'n Räuden-Matchup, Fizz. Ich weiß nicht, wie Yasuo gegen Fizz funktioniert, außerdem haben wir halt kein Knock-Up. Ganz ehrlich, wir machen das jetzt. Death is like the wind. So, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, damit wir nicht enden. Hakan, du weißt, welche Lane das meiste Potential in diesem Game hat? Bot-Lane. So, wir gucken, sie hat Teleport mit, das finde ich immer gut, weil Teleport heißt ein Misplay und sie stirbt. Da, 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 da. Oh, reicht bitte, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Komm schon. Oh, ist es, genau das ist, was ich meinte, Leute. Ich mache einen Fehler und dann sind sie RIP. Könnte sein, dass Fizz gleich kommt, deswegen geben wir noch einen Punkt in die Kür rein. Wir müssen halt doch ein bisschen auf Fizz aufpassen, deswegen warten wir jetzt erstmal hier. Okay, Fizz ist gerade oben, das ist ganz gut, weil dadurch können wir Sachen machen, aber auch nur potenziell. Minions, bleib hier. No. Da kommt Fizz. Death is like the wind, verpiss dich. Was hältst du mit Mr. Mike AP? Also ich spiele Mr. Mike lieber auf ARD. Da gehen wir mal eben schnell Schuhe kaufen, ein bisschen Kripp noch, damit das auch ein bisschen besser flutscht hier. Zack, so, noch ein Control-Bot, wir sind ja ja so im Main, let's go. Na ja, so ist auch endlich mal ein Champion, mit dem ich Farm haben kann, das ist echt sau sehr, ich meine mit Talon muss ich sagen, habe ich auch echt immer guten Farm, ne. Muss man einfach mal eingestehen, aber wir könnten, lass den beim Red kennen. Wer ist denn überhaupt der, ach Fizz, ne. Fizz könnten wir echt hier töten gleich. Das wäre, Jans, Jans wird jetzt durchpushen und dann gleich zum, 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 zum Red gehen. Prröp. So, wo ist denn der Fizz, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, kann ulten. Ich glaube, wer weiß, dass hier böse ist und burscht ist, so nice. Weiß nicht, ob ich den Falten kann, vielleicht schon. Na, sieht gut aus, tatsächlich. Sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Ja, nice, war ein guter Call auch, ne. Das ist, ach, geil, leider. Den Gegner, den Jungle einfach bei seinem Red abfucken. Das ist free, Leute. Einfach annehmen. It is just free. Leider fehlt uns ein bisschen Geld, deswegen gehen wir jetzt mal einen anderen Item-Weg. Das war einfach auf das Ding hier. Let's go. Da können wir top lane was machen oder mit lane? Lass mal top lane killen. It is in the rain. Ich bin unterwegs, der hat wahrscheinlich, oh, nice. Allerdings ist er jetzt tot, das war, also, naja, es war potenziell, es war, naja. Es war, wir können sein Ult warten. Wolli Bär, du musst mal kommen, ich dachte, du kommst. Jetzt kann er das mal backportet, deswegen gehen wir jetzt hier rein. Werf ihn? Ammaap. Ja, weiß ich nicht, sehr gefährlich gerade. Sehr, 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 sehr gefährlich gerade. Na ja, so ist er einfach ein guter Champion, Alter. Einfach nur ein richtig guter Champion. Okay, ich meine, er ist Level 6, ich bin Level 9, ne? Das ist fair, dass ich hier umbringe. Und man muss halt sagen, die AD zahlen sich halt überkrass geradeaus hier, ne? Du, 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 du. Was hast du an deiner Schulter gemacht? Ein Phasenverschiebungsgelenk umgesprungen habe ich da tatsächlich. Und das ist ein bisschen RIP. Das ist tatsächlich ein bisschen RIP. Und er ist gut. Auf was? Ich glaube, Leute, wir gehen mal den neuen Meter Item-Build und kaufen uns direkt Infinity Edge. So, jetzt wollen wir nämlich hier, zack. Halten uns mal so einen Sturm ready, falls was abgeht. Ei. Ei. Tolles Champion Design! Ja schön, schön 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 schön! Na schade, aber ich mach einfach den... Jetzt haben wir noch nicht mal 100% Crit, jetzt haben wir 100% Crit, Leute! Nein, ich kam nicht weit genug, scheiß ich, ah, Mist! Ja schön, schön 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 schön, ne? Schön 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 schön! Later Bits, tschüss! Tschüss! Find ich top, find ich cool, ist nice, kam und lieb! Ah no! Oh 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 oh! Oh, 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 oh oh! Oh, oh oh oh! Hoa, ich hab Livestream. Auf du! Schön 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 schön! Nee, schön, neuh- ah! Schade! Ersterb-imt pueden��ul assume mit PTA oder Konkord? Ne, Konkord kann ich mir glaub ich echt nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Also beim besten Wille nicht. Mann, ich treffe keine Q, Alter. Ist das denn die Wahrheit? Outplay, one for all. Ne, besser nicht. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich will mir jetzt mal Red Buff und dann machen mit einem Outplay. Oder wollen die noch unbedingt? Ich könnte jetzt hier über die Golems dashen, aber das verkacke ich eh. Von daher lassen wir das mal. Leute, könnt ihr bitte euch verpissen? Wäre das eine Möglichkeit? Also ich hätte ja schon Bock. Das ist okay, damit kann ich leben. Das geht, klar. Ein bisschen sterben, danke. Ja, schöner, gebalanced that damage, auf jeden Fall. Schon. Schön. Ich weiß es nicht genau, wie das ist. I don't know genau, wie das ist. Ja, das ist halt einfach Futter. Das brauchst du nur noch einfach klicken, ey. Das ist einfach alles aufgefressen hier. Danke, Arne. Habe ich gar nicht gesehen. Muss ich gleich mal gucken. Ich bin eigentlich auf jeden Fall. Der neue Yasur-Stern am Himmel, meine Freunde. So. Damit haben wir unsere Promo durch. Wir sind Platte 4. Okay, dann machen wir Platte 5 und das ist Platte 4. Mein erstes S Plus ist das, glaube ich. Nice so grande. Schön. Schön, schön, schön. Euer Commander David. Later. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017